Herzlich Willkommen bei meinem neuen Video. Diesmal handelt es sich um ein Spiel. Wir spielen Poo. Der arme Poo ist das heute mal. Der Arme Poo ist gekackt. Oh, Puh hat Hunger. Na, dann füttern ihn wir mal. Hier unten ist übrigens der Kühlschrank. Da kann man gucken, was man alles hat. Tut mir leid. Und ja, diesmal war es ein Armer Puh. Jetzt werden wir mal ein Spiel spielen. Find Puh. Das kann ich am besten. Ich kann das nicht so gut. Aber ja, das war es auch. Tschüss.